Ich bin Erit Stark und ich bin Siri Schütz. Und ohne Diversität könnten wir keine Musik machen, weil die Musik ist eine universelle Sprache, die alle Kulturen umfasst. Und gerade wir arbeiten an einem Projekt, was die Spuren der jüdischen Kultur in unterschiedlichen Ländern zusammenbringt. Also die Spanische, die Deutsche und ja, Slavische, Ladino. Und ja, wir leben von der Diversität. 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 Und ja, wir leben von der Diversität.